Drei wichtige Faktoren für den Vertrieb jetzt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Es soll darum gehen, die Umsätze reinzuholen, die das Unternehmen braucht. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Dirk Hornschuh, ich bin Geschäftsführer der Hornschuh Consulting. Wir unterstützen Hersteller von technisch komplexen Produkten und Dienstleistungen bei der Effizienzsteigerung ihrer Vertriebsprozesse. Und dabei geht es immer darum, Umsatz und Margen aufzudrehen, ohne dafür zusätzlich Mitarbeiter einstellen zu müssen. Okay, legen wir los. Drei Faktoren. Gerade jetzt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es enorm erforderlich, dass der Vertrieb den Fokus noch ein wenig mehr schärft, als er es ohnehin schon hat. Ja, dass der Vertrieb eben jetzt auch wirklich dafür sorgt, dass die vorhandenen Opportunities jetzt auch zum Abschluss geführt werden beziehungsweise vielleicht auch disqualifiziert werden und man dafür eben andere ranholt und nicht mehr zu viel Zeit verschwendet an Opportunities, aus denen nichts wird. Fangen wir mal an mit dem ersten Punkt. Ja, da möchte ich dir empfehlen, schau jetzt mal nach, welche Opportunities in deinem CRM, ja, oder überhaupt in deiner Pipeline, je nachdem, was du da pflegst, welche Opportunities da kurz vor dem Abschluss stehen, aber irgendwie hängen geblieben sind, ja, wo also Verzögerungen sind, plötzliche Änderungswünsche nochmal aufgetaucht sind, obwohl eigentlich schon alles klar war und so weiter. Und wo dann, ja, ich sag einfach mal, eigentlich eine Entscheidung längst hätte herbeigeführt werden müssen, aber eben noch nicht passiert ist, ja, da schaust du mal bitte genau rein und suchst die raus. Und suchst die raus und da solltest du dann mit dem Kunden klären, wo genau klemmt es jetzt gerade. Das kannst du wirklich machen. Kannst du mit dem Kunden sprechen, meinetwegen, es gibt vielleicht eine Deadline, ja, wo deine Maschine oder deine Dienstleistung eben beim Kunden in Betrieb gehen soll, ja. Und auf Basis dieser Deadline müssen natürlich auch irgendwann mal Kaufentscheidungen getroffen werden, sonst kann man einfach diese Zeit nicht mehr einhalten, ja. Und da sich im Moment sowieso alles verzögert, muss man da wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Zeit drauf rechnen. Und da kann man dann schon mal so ein bisschen Druck reinbringen, ne, wenn man den Kunden dann sagt, hören Sie mal, lieber Kunde, so langsam wird es zeitlich eng, wenn wir Ihren Liefertermin, den Sie sich wünschen, da auch wirklich noch einhalten können, beziehungsweise den Inbetriebnahmetermin, ne. Und darauf würde ich auch pochen. Was da auch immer hilft, ist, eine Roadmap mit dem Kunden aufzubauen. Das machen wir sehr, sehr früh schon. Aber wenn du es nicht gemacht hast, spätestens jetzt oder gerade jetzt noch mal am Ende mit dem Kunden durchzugehen, ja, wann muss eigentlich die Anlage dann bei dir im Betrieb sein? Und darauf basierend, auf diesen Termin, wenn es den gibt, ja, zurückzuarbeiten, dass man eben sagt, naja, wenn das der Termin sein soll, dann müssen wir spätestens dann und dann fertig sein mit der Produktion, mit der Erstellung, mit der Konstruktion, was auch immer. Und damit wir das können, brauchen wir spätestens dann und dann Ihren Auftrag, ja, dass du so vom Ende nach vorne gehst. Und das hilft auch dem Kunden so ein bisschen den Überblick zu kriegen, ja, welche Entscheidungsmeilensteine jetzt hier eigentlich noch anstehen, weil sich sonst das ganze Projekt verzögert. Ganz wichtige Sache. Das hilft auch dem Kunden enorm weiter, um dann eben auch Klarheit in der Sache zu kriegen. Also, zusammengefasst, schau nach, wo sind hier noch Opportunities, die kurz vorm Closing stehen. Kläre mit dem Kunden, wo drückt eigentlich jetzt noch der Schuh, woran lichtet, dass wir immer noch nicht ihren Auftrag bekommen haben. Der zweite Punkt, das sind die eingeschlafenen Projekte, die du vielleicht in deinem CRM findest, ja. Es gibt bestimmt Projekte aus der Vergangenheit, das kann auch ein Jahr her sein, ja, wo du nichts mehr vom Kunden gehört hast und, ja, wo irgendwie was eingeschlafen ist. Warum auch immer. Wir wissen es nicht, auch wenn wir glauben, es zu wissen, macht es hier an der Stelle durchaus Sinn, sich da nochmal zu melden und einfach zu fragen immer, wie ist denn im Moment der Stand der Dinge? Wir hatten ja an dem Projekt XY gearbeitet. Wie ist da eigentlich der Stand der Dinge? Gibt es da was Neues? Hat es da eine Entscheidung gegeben? Was auch immer, ja. Dann gehst du mit dem Kunden da nochmal ganz, ganz locker ins Gespräch. Und dabei wirst du sehen, je nachdem, wie viele Gespräche du führst, ja, dass der ein oder andere sich sogar freut, dass du dich da meldest, ja, und mit ihm nochmal das Thema sozusagen aufwärmst. Sehr viele werden vielleicht sagen, hat sich erledigt, ja, sonst hätten sie sich längst nochmal bei dir gemeldet. Aber, ey, es ist wichtig, dass du dich da nochmal in Erinnerung bringst. Es kann tausend Gründe geben, warum solche Projekte eingeschlafen sind oder vielleicht zurückgestellt worden sind. Das erleben wir auch, ja, und dann rufen wir beim Kunden an und auf einmal, hey, gut, dass sie anrufen, können wir nochmal sprechen. Man weiß es nicht. Ruf die Kunden an und zwar mehr als sonst. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass du jetzt mal deinen Vertriebsprozess ein wenig durchleuchtest und einfach mal guckst, wo verschwende ich hier Zeit. Also identifiziere mal vertriebliche Blindleistung. Das ist gerade jetzt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten enorm wichtig, dass der Vertrieb auch effizient arbeitet. Ja, wo du zum Beispiel feststellst, Mensch, wir schreiben irgendwie an einem Projekt vier, fünf Angebote, bis dass wir da mal soweit sind, dass der Kunde eine Kaufentscheidung treffen kann. Ja, das ist super schlecht. Ja, das geht viel besser. Und dann musst du halt mal gucken, okay, an welcher Stelle haben wir hier vielleicht sinnlose Gespräche geführt? Oder wir haben nicht den Kunden gut vorbereitet auf die Gespräche und mussten deswegen noch zwei, dreimal nachkarten. Also da gibt es sehr, sehr viele Punkte, an denen man durchaus noch an der Effizienzschraube drehen kann. Und das ist gerade jetzt enorm wichtig. Allgemein muss ich einfach leider sagen, dass die tollen Zeiten im Vertrieb vorbei sind, wo man ja im Prinzip mit relativ entspannter Arbeit oder nicht so harter Arbeit eben sein Geld verdienen konnte. Jetzt ist der Wettbewerb stärker geworden um die Aufträge und du musst jetzt eine Schippe drauflegen, sonst wird es verdammt schwer in der nächsten Zeit. Aber wir schaffen das. Gar kein Problem. Muss halt ein bisschen Gas geben. Dafür bist du Vertriebler, dafür bist du angetreten. In diesem Sinne, wenn du dazu Fragen hast oder gerne auch so mal mit uns sprechen möchtest, kannst du das machen, dann geh auf www.hornsuhconsulting.de, buch dir einen Termin und dann sehen wir uns. Bis dahin wünsche ich dir maximalen Vertriebserfolg. Mach's gut. Ciao. Bis dahin wünsche ich dir.